Da ist er. Ah, dann zeig's dir der Kleine mal. Zeigen. Ah, Kira muss erst das Klo. Danke. Dicke auf Klo. Geh doch. Achso, die Tür ist abgeschlossen. Na, machen wir sie für alle auf. Tür aufschließen. Ich dachte, die wäre für alle offen. Naja, verwendeln. Und dann will Mama. Genau, Mama zeigt dir dann die Kosen. Und dann Auswahl statt zeigen Kira. Mama ist fix und alle. Papa ist fit wie Turnschuh. Was macht er denn jetzt? Oh. Dann kann Papa mal reparieren hier. Ah, jetzt legt er das verdorbene Essen da rein ins Kinderzimmer. Bam. Kommt doch mal her. Mach doch mal Ankurren. Okay. Sie macht gerade gar nichts. Den Müll, was? Eine Mülltonne, um den Müll doch draußen zu bringen. Gut. Dann, Mama, bring du mal den Müll kurz raus, oder? Nee. Nee, lass Papa machen. So, Teile plündern. Ach, Mama. Oh, Mini. Was würde Mama jetzt machen? Ach so, jetzt wühlt Mama im Müll. So, aufwischen. Wegwerfen. Kann Mama mal kurz den Müll rausbringen. Ah. Wie? Braucht eine Mülltonne, um den Müll nach draußen zu bringen. Okay. Muss ich jetzt noch eine Mülltonne kaufen, oder was? Warte mal. Mülltonne. Haben wir eine Mülltonne? Hier irgendwo? Mülleimer. Die grüne Tonne. Okay. Ist das für alles? Nee, die sieht aber nicht so schön aus. Tonne auf Rädern. Okay. Ja. Komm, die stellen wir hier hin. Ach so, ich wollte ja... Warte mal. Da. Oh, ja. Oh, ja. Ein paar hübsche Stühle. So leicht grau. So leicht grau. Zack. Ne, der. Passt nicht. Jetzt stelle ich den mal eben so rein, abbrechen, dann vielleicht so, so, ah, ah, ah. Jawoll, das wollten wir ja auch haben und ne Tür wäre vielleicht noch ganz gut, oder? Wobei, wir könnten vielleicht schon mal die Lampen, die Lampe fürs Kinder, die Deckenleuchte, ne, die wir da haben. Ist das die normale, oder? Da. Schon mal hier rein. So. Das reicht erstmal. Für die Tür haben wir noch nicht genug. Wegwerfen. Müll lernen. Was, können wir hier irgendwas machen mit der Mülltonne? Nö. Ach, Mama, habe ich dich jetzt aus dem Bett geholt? Ja. Leider. Ne, komm, du gehst ins Bett. Mama geht ins Bett. Komm. Du gehst ins Bett. Papa. Papa macht den Müll. Komm. Das��록 alles. So. Ja man da hat sie manipulate. So, eine bisschen was zum Lernen. Nö. Minimus auf Klo, ne? Ah, will duschen? Baden? So, Mama im Bett. Papa im Bett. Ausschalten. Die Kleine ist am Baden. Jawohl. So, Papa, kümmer dich mal. Flasche füttern. So. Ein bisschen schaukeln, ein bisschen hüpfen. So, Mama. Mama geht gleich wieder schlafen, komm. Äh, jetzt sieht man Wasser, da war gerade gar kein Wasser drin. So. Mini ist verspielt. Supi. Und wenn sie fertig ist, kann sie spielen, umarmen, reden. So, und Papa kam, wenn er fertig ist, ähm, schreiben. Weiterschreiben. So, und wie ist es mit Mama? Oha, Mama muss auf jeden Fall schlafen. So, machen wir mal weiter. Da, 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 da. Mama muss gleich erst mal essen. So, komm. Komm, 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 komm. Oh, guck mal. Oh, ja. Okay. Lass doch ruhig Schach spielen. Bist du beschäftigt? Oh, ja. Komm, Mama. Aufstehen. Binde wechseln. Danach kannst du dann aufs Klo. So, wir mal kurz gucken. Tagesaufgaben. Hausaufgaben hat sie fertig. Mama soll lesen und er soll Schach spielen. Aber er müsste vielleicht gleich erst mal ein bisschen schlafen, oder? Ja, komm, du gehst jetzt ein bisschen schlafen. Mama geht. Tut was essen. Genau, nimmt sich ein Gericht. Oh, oh. Oh, oh. Und Freundin kommt zu Besuch. Ah. Rein bitten. Dann kannst du dich, kannst du dich, kannst du dich, kannst du sie begrüßen. Na los, komm rein. Na los, komm rein. Ähm. Wo willst du hin? Ach so. Ja, das Essen nehmen wir mal hier mit hin. Du sollst dich mit deinem Kind Schach spielen. Da kommt der Nächste. Hallo. So. Dann unterhalte ich mal mit allen. Mach mal hier. Ein bisschen quatschen. Sitzstück. Freundlich. Ähm. Entschuldigung. Freundlich. Ah, kennenlernen. Ah, über Interessen reden. Er den erzählen. Ähm. Mit Farbtheorie reden. So Mini, was machst du jetzt? Genau. Genau. Quatsch mal. Welche Seite von dem Ding ist denn jetzt richtig? Ich glaube, das ist egal, oder? Genau. Umarmen? Die ist ja gar nicht da. Rede mal mit ihm. Ah, über Lachs scherzen. Reden. Geheimnis erzählen. So. Du musst doch was essen, junge Frau. Wo ist er? Im Bett. Er ratzt immer noch. Er kann dann auch mal eine dampfende Dusche nehmen. Jetzt geht sie wieder in den Kühlschrank. Komm, setz dich. Sitzen. Ey. Ist aber nett, dass mein Besuch den Kühlschrank aufräumt. Erwachsene. So, Mini. Wo ist Mini? Mini, da. Hier, spiel. Spielen. Spiele mit. Spiele mit ihm. Los, spielt mal eine Runde Schach. Und was machst du jetzt? Die steht hinter dir. Also. Ihr seid sie ja. Papa, Papa pennt immer noch. Kira kann jetzt Rechenspiel am Computer machen. Okay. Ach so. Steht ja schon Dusche. Was treibt Mama? Okay. Und er hier. Mama, ihr könnt euch nicht alle ins Bett legen. Während ihr Besuch habt, Leute. Das geht nicht. Das geht mal gar nicht. Dann solltest du vorher die Leute bitten, dass sie gehen. Bitten zu gehen. So, und sobald das Kind... Ich kann mir nicht erklären, warum das Kind eine dunkle Hautfarbe hat. Also sie ist ein Alien und er ist hell. Also, ähm, ja. Was los? Danke dir. So, Papa ist jetzt wach. Und da würde ich sagen, bitten zu gehen. Ja. Oh, er singt schon wieder. Was mit Mini? Wo willst du hin? Ja, mit ihm reden. Äh, komm, er soll erst gehen. Bitten zu gehen. Freundlich, auf Wiedersehen. Dann kannst du gerne ins Bett gehen. Zubi. Zubi. So, Mama, jetzt kannst du ins Bett gehen. Oder auch nicht. Oh, ja, alles gut. Mama ist da. So, Mini. Kannst du ja mit Papa spielen. Der muss das sowieso noch machen. Wenn du auf Klo warst. So, wie sieht's für Papa aus? Ja, supi. Und Mama geht jetzt schlafen. Ja, das Babybett steht, äh, noch ein bisschen im Weg. So, Mini. Du spielst jetzt mit Papa. Wo will der hin? Oh, wir brauchen echt ganz dringend einen Essensbereich hier in der Küche. Jinkau-Epinoye. So. Dann spielt mal, ihr beiden. So, Tagesaufgabe. Erstmal alles verkaufen hier. Jawoll. Noch was. Noch was. Noch was. Hatte ich heute eigentlich... So. Oh, Bulba. Guck mal. Sie fudelt. Habt ihr das gesehen?